Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spider Maniacs Beute Video. Heute zeige ich euch natürlich wieder ein paar Sachen, die ich so beuten konnte. Und ich fange auch einfach mal wieder direkt an. Ich habe diesmal gar nicht so viele Sachen. Ich fange einfach mal an mit den Sachen, die ich von meinem Cousin gekriegt habe. Und zwar einmal eine Pikachu Figur, ein Schlüsselanhänger von Pokemon auch, Diamant Edition. Und ein Schlüsselband für die Wii, oder von der Wii, oder über die Wii, was weiß ich, Metroid Prime 3. Und er hat mir aus dem Elektrofachgeschäft, was er bei uns zugemacht hat, das ihr in meinem letzten Video sehen könnt, hier, hat er mir noch etwas organisiert. Und zwar, ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber eine Software Pyramide Schild. Ja, ich werde es wahrscheinlich hier abschneiden. Und dann an die Türe für meinen Gaming Room kleben. Einfach so zum Spaß. Dass man weiß, okay, da sind ein Haufen Spiele wahrscheinlich drin. Jo, das war's für die Sachen von meinem Cousin. Aber trotzdem, danke nochmals, gell. Ja, dann war ich letztens ein bisschen unterwegs und hab dann zufällig gesehen, oh, da ist ein Flohmarkt. Der war aber leider nicht so groß und die waren auch schon viele am Zahnpacken. Aber dennoch habe ich eine Kleinigkeit da mitnehmen können. Und zwar ein Lenkrad für die PS1. Ist auch noch top erhalten, wie man sieht. Federt gut zurück. Das Lenkrad war in der Originalverpackung. Das war auch ein bisschen angeschlagen. Hat so ein paar Knicke hier und da. Keine Ahnung. Die Kanten natürlich auch so. Aber für die PS1 ist es, glaube ich, schon ganz gut erhalten. Ist jetzt halt kein First-Party-Controller. Ist von Brooklyn. Aber mei. Was zahlt's? Ja genau. Und in dem Karton selber. Ich habe den Verkäufer gefragt, was er eben für das Lenkrad haben will. Oder halt ich habe den Karton nur hochgehalten und gefragt, was wollen sie dafür. Und dann hat er eben seinen Preis genannt. Ich habe sogar nochmal gefragt, ob er auch mit allem, was drin ist und so. Er meinte ja. Und dann habe ich es halt mit. Aber da sind noch zwei Kleinigkeiten drin gewesen. Einmal ein DS-Spiel. Let's Yoga. Komplett. Dann noch ein PC-Spiel. Call of Duty. Oder Duty. Genau. Ja, das war es eigentlich. Und ja. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Mein toller Bruder hat mir wieder ein Angebot an Land gezogen. Danke dafür auf jeden Fall auch. Ja. Und zwar sind das Xbox-Sachen. Beziehungsweise erstmal Spiele zeige ich euch. Unreal 2. The Awakening. Auch wieder komplett. Dann 007. Dead or Alive. Auch komplett. Dann Dead or Alive. 3. Auch komplett. Dann Dead or Alive. 3. Auch komplett. Project Gotham Racing 2. Natürlich komplett. Und noch Halo 2. Natürlich komplett. 3. 3. 3. 3. 4. 4. Dann noch eben die Konsole selber. Aber das sind die Crystal Clear Edition. Sieht natürlich sehr geil aus. 3. 4. 3. Dazu natürlich die zwei Kontroller. Da sind Kabel drin. 6. 7. 7. 8. 10. Nimmt man natürlich mit. Mit Verpackung wäre es natürlich noch ein bisschen schöner gewesen, aber ja, was soll es, wenn der Preis passt. Okay, kommen wir weiter zum nächsten. Ich habe ja ein paar Geschäfte mal abgeklappert und gefragt wegen so Deko-Sachen, ob man da irgendwas haben kann. So Poster und keine Ahnung, dass ich halt auch ein bisschen was zum Aufhängen habe. Gut, ich habe Poster gekauft, aber man sucht halt nach was einem besseren und keine Ahnung. Und ja, da habe ich mal nachgefragt in ein paar Geschäften und in einem Geschäft, also das Problem ist echt, die meisten, die sagen echt so, nö, gibt's nix. Da sind Rechte vom Publisher drauf, die dürfen nichts rausgeben und bla bla bla, so ein Schmarrn. Ja, aber auf jeden Fall, ein Markt, der hat dann gleich gesagt, ja, momentan gibt's nichts. Da kommt so ein Typ, der dekoriert bei denen nochmal um und wenn der wieder kommt, dann würden die mich anrufen. Und ja, das hat sie auch heute gemacht. Und ich habe echt ein paar Sachen bekommen. Und zwar einmal ein Pikmin 3 Aufsteller. Dann Pikmin 3, ein Deko-Würfel. Beziehungsweise zwei Deko-Würfel. Und noch ein paar Poster. Und die Poster, genau so, habe ich auch alle zweimal bekommen. Mario & Luigi, Dream Team Brothers. Sehr cool, das Poster. Das werde ich wahrscheinlich auch aufhängen. Dann Game & Wario. Und ein Pikmin 3 Poster. Ja. Und das noch coolere ist, die Dame, also als ich die Sachen heute geholt habe, die hat dann noch gefragt, so, ja, wie schaut's aus, soll ich deine Nummer nochmal noch behalten? Brauchst du noch ein paar Sachen, wenn der wiederkommt, soll ich dich wieder anrufen? Wenn nicht so, das wäre natürlich sehr cool. Und ja, mal schauen, was ich da in Zukunft noch alles so absahnen werde bei der. Ja, und zu guter Letzt. Habe ich sogar mal was von einem GameStop bekommen. Ja, ich bin zwar jetzt nicht so großer Fan von diesem Spiel, wo ich was bekommen habe, aber momentan habe ich es auch bei mir stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es behalten werde, ob ich es dann, oder ob ich es vielleicht auch verschenken werde, weil ich kenne einen Kollegen, der hat dieses Spiel auf dem PC gespielt. Und ja, vielleicht will es dann früher oder später mal haben, wenn ich es nicht mehr brauche. Mal gucken. Aber jetzt zeige ich euch es erst mal. Und das ist ein bisschen größer. Das ist nämlich auch ein Aufsteller. Und ja, den kann ich nicht einfach so ins Bild halten. Der ist ein bisschen groß. Deswegen zeige ich euch das jetzt einfach mal. Ein Diablo 3 Aufsteller. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich kann nicht so, ja, aber man wird es, glaube ich, sehen. Genau. So, und ich würde sagen, wenn euch wieder irgendwas einfällt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Fragen oder sonstiges, einfach wieder in die Kommentare. Ansonsten bei Lösend Laune einfach wieder auf die Links hier klicken und euch die Sachen da anschauen. Und ja, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Peace.